Hallo, ich bin Paula Lambert. Ich schreibe Bücher über das Leben und habe Fernsehsendungen zum Thema Liebe, Sex und Beziehung. Für mich bedeutet Wohlbefinden tatsächlich nicht ständig daran zu denken, dass ich mich nicht wohlfühle, sondern so ein Gefühl der inneren Harmonie zu erreichen. Und das habe ich gerade nicht und habe mich lange eher um andere gekümmert als um mich. Und darum wird es jetzt Zeit, dass ich mich in den Fokus stelle. Und mir hilft, wenn ich mich mental wohlfühlen will, dann sehr, die Dinge zu kategorisieren. Also was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wo stehe ich eigentlich gerade, was sind die Probleme. Und dann kann ich das sofort sortieren und dann ganz einfach im Grunde wegholen. Ein starkes Mindset bedeutet für mich Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich nehme mir etwas vor und das ziehe ich dann auch durch.